Der zwölfte Spieltag in der zweiten Bundesliga steht vor der Tür und ihr wisst, was das bedeutet. Es gibt mal wieder meine Prognose dazu. Letzte Woche vier von neun Ergebnissen, richtig. Ich dachte mir nach dem Freitag, da können wir uns schon die Krone aufsetzen. Leider haben wir dann irgendwie im Laufe des Spieltages ein bisschen versagt, aber nicht so schlimm. Ein Ergebnis sogar komplett richtig, also ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt sind wieder heiße Spiele dabei. Schreibt mir immer gerne eure Tipps in die Kommentare. Was denkt ihr zu den jeweiligen Spielen? Könnt ihr auch immer gerne ein bisschen mehr schreiben und dann gehen wir doch direkt rein. Das Hansa-Spiel lassen wir natürlich immer bis zum Schluss übrig und gehen auch direkt ins Hamburger Stadtduell. St. Pauli gegen HSV. Wer macht das hier? Schwierige Sache, denn ich glaube Pauli zu Hause, ja, schon wieder ein ernstzunehmenderer Gegner als auswärts. HSV aber auswärts, glaube ich, noch kein Spiel verloren. Alles gewonnen? Boah, das ist jetzt eine schwierige Sache. Ich tendiere auch irgendwie auf einen Unentschieden, aber glaube, weil die Form bei den Hamburgern besser ist, auch wenn sie, ja, kurz vor Schluss gegen Kaiserslautern den Punkt, sage ich mal, ja, oder die zwei Punkte noch verloren haben, gehe ich hier auf ein 3 zu 1 für den HSV. Düsseldorf gegen Nürnberg. Ja, die Nürnberger, gutes Spiel eigentlich gezeigt gegen Kiel. Düsseldorf verloren gegen Darmstadt, aber Darmstadt ist auch wirklich richtig gut unterwegs. Jetzt kommt die Düsseldorfer Heimstärke wieder ins Spiel, deswegen auch mit Beinziel läuft es noch nicht so richtig. Wird Nürnberg hier wahrscheinlich auch es schwer haben. 2 zu 0 für die Fortuna. Die nächste Partie ist auch sehr interessant. Der KSC trifft auf Darmstadt 98. Was ist bei Darmstadt los? Also die gewinnen ja in einer Tour 10 Spiele ungeschlagen Rekord in der 2. Bundesliga oder ist es der aktuelle Rekord? Ich glaube, ja, habe es irgendwo gelesen. KSC aber auch richtig gut dabei. Wie wird das Ganze ausgehen? Da muss jetzt hier der Wahrsager wieder herhalten. Keine Ahnung. Ich sage mal so, beide Mannschaften sind gut drauf und gehe deshalb auf ein Unentschieden. Hätte so eine kleine Tendenz auf Darmstadt, aber der KSC Heim auch wirklich nicht zu unterschätzen. 1-1. Das Aufsteiger-Duell unter Freunden Magdeburg empfängt Eintracht Braunschweig. Ja, Magdeburg habe ich schon als Sieger gesehen gegen Sandhausen. Dann haben sie doch verloren. Also Sandhausen holt sich immer wieder irgendwie die 3 Punkte, muss man sagen. Offensiv ging da nicht so viel. Eintracht Braunschweig wieder überzeugt. Kann man einfach so sagen. Sieg gegen St. Pauli. Haben das Spiel gedreht. Wirklich erste Sahne. Selbstvertrauen ist da. Aber trotzdem, durch die Heimstärke der Magdeburger mit den Fans, werde ich hier nicht auf eine Niederlage von Magdeburg gehen, aber auch nicht auf einen Sieg. Und glaube auch hier, keine Ahnung, Unentschieden. Ich weiß wirklich nicht. Ja, ich sage einfach mal 2-2 hier. Beide schießen auf jeden Fall viele Tore und sind hinten aber auch ein bisschen anfälliger unterwegs. Passt, denke ich. 2-2. Hannover 96 gegen Bielefeld. Ja, was soll ich sagen? Also die Bielefelder. Ja, auch der neue Trainer bringt da nicht so Frische rein. Hüsing und Co. werden da auch schon angezählt vor den Fans. Und ich kann es ja auch irgendwie verstehen, weil als Erstliga-Absteiger da so eine Saison aktuell zu spielen, das ist schon wirklich enttäuschend. Gegen Hannover 96 kann ich mir beim besten Willen auch irgendwie nicht vorstellen, dass da ein Sieg eingefahren wird. Aber in der 2. Liga ist alles möglich. Auf einmal spielen sie vielleicht Hannover an die Wand und gewinnen das Ding. Glaube ich irgendwie nicht. Hannover gewinnt 1-0. Ja, kurz trocken wird diesmal. Aber ja, wenigstens, sage ich mal, torlos. Sonst passieren ja immer extrem viele Tore, wenn Bielefeld spielt. Hier glaube ich jetzt einfach mal an ein knappes Ergebnis. Paderborn gegen Sandhausen heißt das nächste Duell. Weil die heimstärkste Mannschaft trifft auf eine der auswärts schwächsten, wenn ich richtig in der Statistik liege. Obwohl Sandhausen ja jetzt euphorisierter rangehen kann durch die drei Punkte gegen Magdeburg. Aber Paderborn ist halt wirklich eine Macht. Wir haben auch wirklich keine Chance gehabt oder wenig Chancen. Wenn sie vorm Tor sind, machen sie das Ding rein. Und zu Hause haben sie dann auch noch die Fans im Rücken, die am Start sind. Und hier werden Tore wie am Fließband fallen. Und ich sage hier einfach mal 4 zu 1 für den SC Paderborn. Weiter geht's mit Holstein Kiel gegen Heidenheim. Die Kieler wollen endlich mal wieder zu Hause gewinnen. Können vielleicht den Schwung von dem Nürnberg-Sieg mitnehmen. Aber Heidenheim ist halt auch wirklich ein guter Gegner. Ein Spiel haben sie bisher verloren in der ganzen Saison. Das ist schon wirklich stark und beachtlich. Hier könnte ich mir auch ein Unentschieden vorstellen. 1-1, trocken, kurz, schmerzlos. Vorletztes Spiel für heute. Kaiserslautern empfängt Jan Regensburg. Sechs Unentschieden in Folge. Also das muss man den Lauterern erstmal nachmachen. Respekt schafft wirklich nicht jeder. Ich weiß nicht, was der Rekord im deutschen Fußball ist mit der längsten Unentschieden-Serie. Aber sie sind gut dabei. Glaube hier aber nicht an ein Unentschieden. Lautern, wie sie in Hamburg auch aufgetreten sind. Wirklich richtig, richtig, richtig stabil. Muss man einfach so sagen. Auch die Fans. Sehr, sehr stabil. Stabiles Ergebnis. Sage ich hier 2 zu 0. Weil Regensburg halt auswärts irgendwie auch nicht so das Gelbe vom Ei ist in dieser Saison. Aber wer weiß. Wer weiß. Kann sich ja auch ändern. Ich gehe hier aber von einem Heimsieg aus. Ja. Zu guter Letzt kommen wir jetzt zu unserem FC Hansa. Gegen Paderborn. Das war mal wieder absolut nichts. Erste Halbzeit wie immer verpennt. Ich wünsche es mir ja, dass wir mal wenigstens nicht in Rückstand geraten. Vor allem in den ersten 20 Minuten. Da kannst du dann schon gefühlt sagen, das Ding ist durch. Und auch gegen Kräuter Fürth. Gegen den 17. Tabellenplatz. Absteiger aus der 1. Liga. Was da los ist, weiß ich auch nicht. Kann das dann fatal enden. Ich wünsche es mir einfach, dass wir hinten mal wirklich nicht schlafen. Vorne dann auch mal die Dinger reinmachen. Auch gegen Paderborn. Waren die Chancen da? Sie waren zwar wirklich, konnte man an der Hand abzählen. Aber ja, sie waren da. Sage ich einfach mal ganz ehrlich. Morgen früh geht es los. Wir reisen nach Fürth. 7 Stunden Fahrt. Mein Bruder kommt mit. Ein Kollege kommt mit. Am nächsten Tag dann wieder arbeiten. Also am Samstag, mein Bruder. Das wird witzig. Direkt auch wieder dann abzischen. Hoffe einfach, dass diese 14 Stunden, wenn man sie jetzt zusammennimmt mit Stau und keine Ahnung, kann dann ja noch länger werden. Ey, das, wenn man da jetzt mit einer Niederlage zurückfährt, das ist schon dann extrem bitter. Also wenigstens ein Unentschieden. Muss doch drin sein. Vor allem gegen den 17. Platz. Aber die Vierter sind heim deutlich besser. Ich glaube, aus den sechs, aus den letzten sechs Heimspielen haben sie, glaube ich, nur eine Niederlage. Und wir auswärts in den letzten sechs Spielen kein einziges Mal gewonnen. Also schwierige, schwierige, schwierige Konstellation. Aber irgendwann ist ja immer mal wieder, ja, so Zeit für eine Veränderung. Und warum nicht jetzt gegen Greuther Fürth? Keine Ahnung, die Fürther. Gegen Regensburg unentschieden gespielt. Auch absolut verunsichert. Ich glaube, wenn wir einfach mal wirklich mit Selbstvertrauen, das wünschen wir uns alle, breiter Brust auftreten. Wir sind der FC Hansa. Wir können das. Wir haben wirklich auch viel Qualität in den Reihen. Johnny kommt zurück. Hinterseer kommt zurück. Simon Rhein kommt zurück. Der wird wahrscheinlich noch nicht von Anfang an spielen. Aber eigentlich, ja, nur noch unsere Langzeitverletzten nicht dabei. Haben wir wirklich viele Spieler, die jetzt hier zeigen können, dass es mal so weit ist mit einem Auswärtssieg. Und so gehe ich auch rein. Das wird hier ein 1 zu 2. Ja, da kannst du mir sagen, was du willst. Wenn wir verlieren, dann ist die Kacke schon ein bisschen am Dampfen, weil es wirklich immer enger wird. Unten in der Tabelle nur drei Punkte Abstand auf dem Relegationsplatz. Und wenn Fürth tatsächlich auch gewinnen sollte, was natürlich durchaus denkbar ist. Also hier an die Fürther sollten sie gucken. Ich traue euch auch einen Sieg zu, wenn wir wirklich wieder so schwach wie immer auftreten auswärts. Aber ich gehe jetzt einfach mal wieder vom Besten aus und lasse mich hier nicht verunsichern. Ich meine, ich glaube wieder über 1500 Hansa-Fans sind dabei. Weil vielleicht ihr auch, keine Ahnung, komm, 2-1, Auswärtssieg, unentschieden kann es auch werden. Aber da braucht man schon jetzt hier gegen einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt die drei Punkte. Und so sieht es aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut gerne schon mal einen Daumen rein. Eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Wie würdet ihr ausstellen? Und jetzt schauen wir uns gemeinsam einmal die Tabelle an. So würde die Tabelle nach meinen Tipps aussehen. Der ASV immer noch auf 1 mit 28 Punkten. Gutes Polster. Aber Paderborn und Darmstadt kommen ran. Punktgleich mit 25 Zählern. Auf Platz 4 haben wir Heidenheim. Auf 5 Düsseldorf. Dann Hannover 96, die auch noch dran schnuppern können. Genauso wie Kaiserslautern. Auf Platz 7, auf 8 KSC. Dann haben wir Holstein Kiel. Und wir bleiben weiterhin auf dem guten, sicheren 10. Tabellenplatz. Und haben schon 16 Zähler. Also nicht mehr viele 24 Punkte. Und wir haben das Ziel erreicht. Eintracht Braunschweig auf Platz 11. Das ist auch wirklich ordentlich, wie die da unten rausgekommen sind. Sandhausen auf 12. Ebenfalls auch noch mal ein paar Plätze gut gemacht. Sandhausen auf 13. Pauli rutscht weiter. Ja, rein da unten auf 14, 15. Magdeburg. Relegationsplatz Nürnberg. Also, ja, ich gönne es den Nürnbergern eigentlich nicht. Genauso wie Kreuter Fürth und Bielefeld. Muss man einfach so sagen, dass diese Mannschaften da unten drin stehen. Einfach aufpassen. Denn die können in der Rückrunde noch mal richtig angreifen. Weil alle Teams, die natürlich jetzt sich sicher fühlen, auch unser FC Hansa, immer, immer aufpassen. Ja, zwei, drei Siege in Folge. Und die sind da unten raus. Also, Kreuter Fürth und Bielefeld auf 17 und 18. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie absteigen. Aber aktuell sieht es danach aus. Das war es also von mir. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Lasst gerne hier ein Abo da. Falls ihr mehr sehen möchtet, schreibt auch immer gerne Wunsch-Video-Vorschläge rein. Und dann sehen wir uns eventuell in Fürth oder beim Stadion-Vlog wieder. Der wird, denke ich, Samstag erscheinen. Und jetzt bleibt stabil. Haut rein. Auf einen Auswärtssieg. Bis zum nächsten Mal.